Deutschland vermisst die Weltmeisterschaft nach der Gruppenphase. Diese Video-Szene muss natürlich auch noch nachgespielt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Deutschland auf Wiedersehen! Die Mannschaft hat einfach nicht gekämpft, auch nach dem ersten Tor einfach schlecht gewesenes Spiel. Was genau? Was meinst du, was wir besser machen können? Die Spieler? Boateng hätte erstmal die Gelb-Rote im letzten Spiel nicht kriegen müssen und dann halt viel mehr kämpfen. Einfach viel mehr kämpfen und so wie in der letzten WM.